Okay, aber erst mal würde ich sagen, sammeln wir die Kisten, die es hier gibt, ein. Schüsse, Peter, Interceptor. Da. Federamulett. Peter Pan. Cool. Ich will mal gucken, ob das jetzt... Warte mal, immer ja Status. Rufen. Ach ja, Peter Pan, stimmt. Wir haben jetzt auch Front Level 2. Okay. Ich will mal eben was überprüfen. Wow. Was liegt an den Beziehungen? Limit Move. Dann haben wir Jack Sparrow. Sora. Stitch. Wenn die super klatscht. Oh nee, sag mal nicht, dass ich mit denen euch leben. Machen wir es? Sehen wir dann halt, nöss. Wir werden Genie sozusagen noch öfter rufen. Gehst du die Schatten? Was soll da, Alter? Ich will sie das... Ich will sie nicht. Aber wir nicht. Nein, wo geht's da nicht hin? Zauber Ja, und sich dagegen schlagen Immer schön im Licht halten, die Gegner Und da ist wieder so ein Puzzleteil Äußerst praktisch, jetzt habt ihr Licht gemacht Hier Hier, kleiner Ah, das ist übrigens der Typ, den ich gemeint habe, mit dem einen Auge Man erkennt die Piraten eigentlich, aber die haben hier halt keinen Namen Aber das ist der Pirat mit dem einen Auge Und den anderen Dichter, der sieht auch ein bisschen verändert hier aus Wow Ich kriege ordentlich einen Erfahrungsboost, wenn ich so angeschlagen bin, ganz ehrlich Und die Drive-Leiste Warte mal Kann ich einen Drive-Boost machen? Ah, jetzt kommt die Sequenz, oder? Ah, jetzt müssen wir die Herzlosen suchen mit der Medaille Die sind übrigens überall Was soll das? Lass mich doch hier nicht verarschen Einen haben wir Ah, jetzt machen wir die Ich bin fleißig. Ah, und wem habe ich das zu verdanken? Jedenfalls nicht Elisabeth. Der Organisation 13. Stecken hinter all dem. Wo sind sie wohl hin? Der Mann mit der Kapuze hat die Piraten und seine Kreaturen mit in ein seltsames Loch genommen. Wir haben aus dem Kapitänsquartier gesehen, wie sie verschwunden sind. Sie zu bekämpfen ist euch wohl nicht in den Sinn gekommen. Ich bin kein Narr. Ich wusste, dass ich nichts gegen sie ausrichten kann. Denn es ist so. Ich denke, wir brauchen eure Hilfe. Alles klar. Wir müssen zuerst die Medaillons finden. Ohne sie kann der Fluchtlicht gebrochen werden. Und die Kreatur bleibt unverwundbar. Ich weiß zum Glück, wo wir sie finden werden. Und zwar auf der kompletten Karte. Und da komme ich immer noch nicht dran. Ich kann noch nicht fliegen. Das hat sich hier doch gar nichts geändert. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Aber es erfordert... Ich teste das einfach mal aus. Wir haben ja Abilities. Ich habe Abilities bekommen. Ach ja, er auch. Charmeur. Wir kennen ja Goofy Trombe. Die ist sehr gut. Aber Charmeur finde ich viel besser. Wir haben schon so viele Fähigkeiten. So. Items. Truhe. Federamulett. Diesmal ist Peter Pan derjenige, den wir rufen können. Ja, ich benutze ihn so einfach mal. Wir haben mit Form schreien. Funktioniert hier nicht. Moment mal, wenn ich kämpfe... Wir müssen wahrscheinlich jeden einzelnen Stein umdrehen. Für so etwas. Das Schiffsfriedhof ist natürlich neu. Aber wir gehen erstmal zur Isla de Moerdar. Da ist nämlich auch einer. Außerdem ist da Laxie. Ich müsste gerne auf das... Ja, das ist da. Okay. Gib mir einen Gehrein. Ah, fast. Das ist normal. Ah! Äh... Eigentlich müsste ich springen. Ah, Mann! Ah, Mann! Ah! 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 Ach komm schon! Na gut. War dann doch nicht so prickelnd. Ach so, das ist Jack. Wir zeigen Piraten! Ach ja, das ist übrigens der ähm... andere von der Crew. So. Der hat natürlich auch den letzten Enkelsitzel gegeben auch. So. Ah, wie viel man Erfahrungspunkte kriegt, wenn man im kritischen Zustand ist. Also weniger als die Elfter. Ist schon krass. So, jetzt machen wir uns auf Laxin zu besiegern. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Das ist immerhin die zweite im Grunde gewesen. Und wenn man schon gegen Laxe... Ach nee, wie heißt der Typ... Gegen den anderen Typen... ... schon... ... gute Chancen gehabt haben. Laxeos war das glaube ich doch. Die hat man ja im Dings... ... bis jetzt schon Turm... ... deswegen... ... in so einem Schloss. Deswegen... ... das Schloss ist ein Fallens, genau. Deswegen... ... kämpfen wir auch auf einer... ... derartigen Arena. Wir haben aber wirklich nur die drei Silhouetten bis jetzt gefunden. Die ist übrigens sehr schnell. Hey! Soviel zum Thema sehr schnell! Boah, die ist ziemlich stark auch noch! Krass! Okay, okay... Verstehen und ... Er Kleine. EBITHA ART需? Derけ avait Croissant? Das war der PSG! Der pain!? Dann! Terra! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Deal! Leute, nur noch eine Leiste. Yeses! Yeses! Nein, 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 nein! Nein! So knapp! Ich habe eine andere Idee! Wir werden Items reinschmuggeln. Anders habe ich keine Chance. Items auf Knöpfe legen. Für die Zeit, dass wir halt... Wir machen sie jetzt fertig. Okay. So. Pariert und reflektiert gegnerische Angriffe für das Kommando Magie Air. Mein Potion. Okay. Jetzt bin ich besser drauf vorbereitet, denn ich denke mal, ich werde Reflect einsetzen, um halt ein bisschen weniger Schaden zu bekommen. Wir machen die jetzt fertig. Wir haben eine Chance gegen sie. So ist das nicht. Und Reflect tut nur ein bisschen der Magie aufbrauchen. Ich kann nicht mal den Schleckliff rücken, ja? Ich kann nicht mal den Schleckliff rücken, ja? Wir machen die! Wir machen die ihnen wieder. Wir machen die Wir machen die Wir machen die Alter! Ah, man weiß noch nie wann man rennen muss! Alter, ist nicht schnell! Damit hast du mich ja noch voll erledigt! Ah! Nein, Mann! Ich krieg die einfach nicht zu packen! Ah, wie lange bin ich noch in dieser Form? Ah! Ah, Mist! Ich hätte lieber Reflekt gemacht! Boah, die ist echt richtig heftig, Dark! So, jetzt krieg ich nur noch ein bisschen Schaden! Alter! Boah, ich krieg die, die es mir nicht so gut zu greifen! Mann! Ah, nicht raus! Abgeheißen! Naja! Naja! Warte, ich mach mal was weg. Nein, ist das so eine Art Schlafen? Willkommen, wenn ich einen Falschaden greife? Naja, egal, wir haben sie besiegt. Ah, Laxin, yeses. Wenn ich bedenke, dass wir noch einmal so eine haben, holy shit, Arkan-Blitz-Formel. Flüchtige Vision. Flüchtige Vision. Flüchtige Vision. Flüchtige Vision. Flüchtige Vision. Flüchtige Vision.